Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just Bring It Podcast, diesmal wieder aus der Nerd Ecke, diesmal aus der Star Wars Ecke, denn es ist ja so eine Serie zu hingegangen, also Book of Boba Fett, eine Serie, die, glaube ich, die Star Wars Fanschaft so ein bisschen spaltet und ja, da möchte ich drüber sprechen und ich möchte nicht allein drüber sprechen, sondern mit einem Star Wars Fan, der hier schon mal in anderen Zusammenhang bei mir war und zwar habe ich heute den Michael zum Gast. Hallöchen! Moin! Was für eine Ehre, heute mal als Star Wars Fan dabei sein zu dürfen. Ja, es war was anderes, heute mal nicht Wrestling, heute mal Star Wars und ja, ich bin sehr gespannt über deine Meinung, also zu deiner Meinung über Boba Fett. Die Serie spaltet so ein bisschen die Gemüter, man hört Leute, die wirklich sich so tierisch drüber aufregen über die Serie, es gibt andere, die es total freuen und es gibt die Leute, die irgendwo in der Mitte stehen und ich glaube, wir beide sind irgendwo in der Mitte, mit Ausschlägen nach rechts und links, je nachdem, worum es gerade geht. Richtig. Ja, wir müssen mal genauer drauf schauen. Du bist großer Star Wars Fan, ne? Ich, sagen wir es mal so, andere Leute behaupten von mir, dass ich ein großer Star Wars Fan bin, ja. Ich würde sagen, man kann immer noch größerer Fan sein, es gibt immer einen größeren Fisch, aber das mal so nebenbei. Das heißt, du hast alle Filme gesehen, du hast bis jetzt die Serien gesehen, die es so gibt und kennst so ein bisschen die Hintergrundgeschichten vielleicht auch aus Bücher, Comics, wie auch immer. Genau, das eine oder andere Buch habe ich dann auch noch dazu gelesen, die Comics eher weniger, aber so ein bisschen was liest man sich ja dann auch zusätzlich noch durch. Hast du denn dann auch abseits der alten Star Wars Filme Hintergrundgeschichte zu Boba Fett auch schon studiert, bevor jetzt die Serie kam? Uh, das ist auch noch länger her eigentlich, aber das habe ich irgendwann mal vor Jahren gemacht, weil mich der Charakter damals schon so interessiert hat und ich das dann auch überlegt hatte, vielleicht auch ein bisschen mit dem Wrestling einfließen zu lassen. Deswegen bin ich da schon auf Recherche gegangen, aber das ist, wie gesagt, alles schon ein bisschen her. Bist du denn ein Boba Fett Fan, Sympathisant oder ist er einfach einer von vielen? Nee, schwierig. Also es geht, ich bin eher Fan der Mandalorian-Rasse als nur von Boba Fett. Okay, das kann ich nachvollziehen. Boba Fett ist halt nur einer aus der Rasse, aber man hat ja jetzt schon deutlich mehr kennengelernt, gerade über die Mandalorian-Serien. Und da setzt direkt meine nächste Frage an. Haben wir hier eine Serie gesehen, The Book of Boba Fett? Haben wir hier gesehen, Raffel 3 von Mandalorian? Oder haben wir Mandalorian, The Book of Boba Fett gesehen? Das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht vorab eine Gegenfrage. Wird das Ganze hier spoilerfrei erzählt oder darf ich hier wirklich alles ausplanern? Du darfst spoilern, bis der Arzt kommt. Wunderbar, das beruhigt einen direkt. Man muss gar nicht auf die Wortwahl achten, man muss sich darauf achten, irgendwelche Details nicht zu erzählen. Ja, also für mich war es dann doch eher The Mandalorian, The Book of Boba Fett. Also als eine Staffel 3 für Mandalorian hat es dann noch nicht gereicht, aber es war auf jeden Fall schon die Richtung dahin und war ja auch sehr prominent. Ja, kann man so sagen. Der hat eine etwas größere Rolle. Lass uns mal kurz die Rahmendaten einmal abklären. Wir hatten jetzt eine Staffel, sieben Folgen, jeweils ca. 40 Minuten pro Folge. Das Ganze ab zwölf Jahren, seit Ende Dezember bei Disney+. Inhaltlich ging es um Boba Fett, der gemeinsam mit Panic Shent mal kurz den Palast von Jabba quasi übernommen hat, nachdem ja da schon der Nachfolger saß auf Tatooine. Wir kennen ja den Palast noch aus Rückkehr der Ede-Ritter. Da hatten wir das Ganze ja schon. Ja. Hangfrage, wie heißt der Nachfolger von Jabba? Ach, den vergesse ich ja das Malte-Name. Ich kann es auch wieder nicht sagen. Du weißt den sicherlich. Sag es mir. Bip Fortuna. Danke, Bip Fortuna. Ich vergesse ja jedes Malte-Name. Aber ich bin ja auch nicht so relativ Star-Wars-Film wie du. Ich bin ja mehr der Trekkie als der Star-Wars-Fan, aber ich gucke trotzdem alle Serien und Filme. Kann ich das jetzt hier noch irgendwie beenden? Oder es noch verschieben auf niemals? Gibt es da bei dir einen Interessenskonflikt dann? Nee, eigentlich gar nicht. Also ich habe Star Trek nie wirklich geguckt. Ich muss gestehen, ich bin nur jemand, der wirklich die neuen Filme geguckt hat und dann auch Discovery gesehen hat. Aber so mit dem alten Material bin ich nicht so vertraut. Ist ja auch nicht schlimm. Man muss auch nicht alles kennen. Es gibt so viele Filme, Serien, alles zu sehen. Da muss man sich schon seine Auswahl rausholen. Ja, stimmt. Ja, Boba Fett steigt auf zum Verbrecherlord. Wie heißt der? Daimyo heißt, glaube ich, die Rolle dann, ne? Richtig. Er möchte der Daimyo von Tatooine werden. Aber nicht so typisch, wie man es kennt, sondern er geht nicht rum und meuchelt sich durch, sondern will das Ganze ein bisschen diplomatischer machen. Ja, und das geht anfangs aus, wird es ein bisschen funktionieren. Da geht es deutlich schief. Liegt aber auch dran, weil das Pikesyndikat dazukommt, was ihm dann, weil er da schon ein bisschen Berührungspunkte hat, in die Quere kommt. Ja, und da gibt es da Scharmützel und Schlachten und alles so und dran. Da wollen wir mal drauf gucken. Wie findest du denn die Hauptfigur Boba Fett in der Serie und den Schauspieler, den Tamura Morrison heißt der, glaube ich. So, bitte. Also, ich finde, in Attack of the Clones, in Episode 2, als er noch Django Fett gespielt hat, da war ich ein bisschen überzeugter von ihm. Da hat das Ganze noch ein bisschen besser gespielt. Hier war er mir dann doch ein bisschen zu einseitig, hat nicht genug Emotionen rübergebracht. Teilweise, es gab auch Szenen, da hat man das auf jeden Fall sehr gut gespürt, aber im Großen und Ganzen hat mir da ein bisschen was gefehlt. Liegt natürlich auch daran, dass er ein bisschen wenig Screentime hatte. Ich finde auch, die Emotionen sind ein bisschen echt kurz gekommen. Der hatte sehr wenig, was er so von sich aus an Gefühl reingebracht hat in das ganze Ding. Es gab so Szenen, bei manchen Kampfsszenen war das gut gemacht, dann gab es auch kleinere Szenen, gerade diese Vergangenheitsszenen, wo wirklich gute Sachen drin waren. Aber so diese Kontinuität, was steckt denn jetzt emotional in dieser Figur, war überhaupt nicht da. Der war so ein bisschen, womit kann man es vergleichen? Wenn man Marvel guckt, man weiß, Captain Marvel ist so eine Figur, die ist komplett recht trocken, sehr wenig Emotionen. Und so ein bisschen diese Richtung, wobei ich Captain Marvel schon fast in manchen Situationen emotionaler fand als Boba Fett. Ich fand ihn so ein bisschen schlecht greifbar in der Serie. Ja, es hat irgendwo der Punkt gefehlt, wo seine eigene Motivation richtig klar geworden ist. Ich glaube, das geht dann auch direkt einher mit der Vergangenheitsstory. Die ist mir da echt zu kurz gekommen. Also die Idee an sich fand ich alles sehr gut, aber es war zu wenig. Hätte man das noch besser ausgeleuchtet, dann hätte man auch seine Motivation besser verstanden, glaube ich. Das war krass, die haben zwar schon fast vier Folgen immer mal wieder in die Vergangenheit investiert, aber trotzdem war es noch nicht greifbar genug. Der Aufbau war zu gering, dass man diese Fallhöhe, wo er dann seine Familie quasi wieder verliert, dass man das so richtig mitnimmt. Ja, richtig. Gerade das, also wie er die Familie verliert und dann aber auch, dass er eigentlich ja auch wirklich lange Zeit bei den Sandleuten war. Also dass er da auch wirklich viel Zeit verbracht hat, dass die Verbindungen zu denen wirklich tief geworden sind, dass er da wirklich starke Bindungen auch aufgebaut hat. Das kam da nicht ganz so rüber. Also ich jedenfalls habe das erst so im Nachhinein wirklich verstanden, als es dann eben auch dieser Übergang zu Mandalorian war, wo man dann gesehen hat, okay, zu dem Zeitpunkt in der Vergangenheitsstory ist das der Zeitpunkt, wo Mandalorian dann anfängt, losgeht. Da ist dann einem ja wirklich erst bewusst geworden, okay, er war dann doch wirklich lange bei den Sandleuten. Genau, dieses Zeitgefühl ist auch überhaupt nicht da, wie das da zusammenhängt, ja. Und ich finde eigentlich diese Interaktion mit den Fusken, finde ich ganz cool. Also sie haben es schön gemacht, wie er von ihnen lernt, wie sie von ihnen lernen, das war schon gut gemacht. Aber es hätte so ein bisschen mehr sein können, so einen Ticken mehr einfach. Ja, und dann haben wir die, seine, ich nenne es mal Regierung, ne, er hat ja, er geht in die, ich habe schon fast gesagt, die örtliche Kaschemme, das ist ja keine Kaschemme, er geht ins örtliche, was ist das? Wie die bezeichnet man das? Ist es eine Kneipe? Ist es ein Vergnügungsetablissement? Was ist das? Casino? Ich weiß es auch nicht. Ich würde es am ehesten als Casino bezeichnen. Also alles in einem, ein bisschen. Ja, ja. Und auch da, er wird quasi, ja, bestochen, so ein bisschen, er kriegt ja seinen Lohn da sozusagen. Und das fand ich so ein bisschen, er ist ein bisschen schwach angenommen worden. Wobei ich sagen muss, die Dame, wie heißt sie, Jessica Bielts, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz höre. Ja, Jessica Bielts, mal wieder einfach so zu sehen, unangekündigt, fand ich auch sehr überraschend, weil das ja eigentlich auch eine sehr bekannte Schauspielerin ist, die dann einfach mal so in so einer kleinen Rolle auftaucht. Und ich fand sie in den Wendings-Szenen schon ausdrucksstärker als ihn. Ja, ich dachte auch eigentlich so, wie sie dargestellt wird, dass da vielleicht sogar noch ein bisschen mehr kommt. Da wurden wir dann ja eines Besseren belehrt. Ja, die Hoffnung ist quasi in Luft und Feuer aufgegangen, sagen wir es mal so. Richtig. Ja, war sein Ansatz, also der hat ja den Ansatz gewählt, er wollte das Ganze ein bisschen diplomatischer führen, wollte mit den Leuten reden, wollte Vereinbarungen treffen. War das für einen vorherigen Kopfgeldjäger zu naiv, dieser Ansatz? Nein, das denke ich eigentlich nicht. Also, ähm, nein, kann ich mir so eigentlich nicht vorstellen. Klar, also dadurch, dass er Kopfgeldjäger war und eben auch die kriminelle Struktur von Tatooine sehr gut kannte, muss ihm ja klar gewesen sein, dass es schwierig wird, da dann eben ein bisschen den Gerechtigkeitssinn durchzubringen und alles eben etwas umzustrukturieren. Aber letztendlich, wenn du dich ans Kopfende des Tisches setzt, dann müssen alle dir zuhören und alle auf das hören, was du sagst. Und ich glaube, so war dann eben auch das Denken dahinter und dementsprechend auch eigentlich leicht umzusetzen. Ja, okay, dann verstehe ich den Ansatz. Ist natürlich auch, man muss jetzt natürlich sehen, wir haben vor dieser Übernahme so diese Charakterentwicklung. Einmal der Weg mit den Tusken, wo er sich ja von dem Kopfgeldjäger so ein bisschen wegentwickelt hat, wo er mehr in dieses wirklich familiäre reingekommen ist, was er ja vorher auch nicht hatte, wo er dann rausgerissen wurde, aber das, was er nicht ganz vergessen hat. Er hatte zwar seinen Rachefeldzug, hat aber diese Grundintention noch in sich. Dann macht es wiederum Sinn, dass er sagt, ich will nicht mit Schmerz, sondern wirklich mit Verstand regieren oder zumindest anleiten und dann passt das, ja, das stimmt schon. Ja, und dann hat er sich so seinen Leuten dazu geholt. Es gab ja die Beschwerde von dem Wasserverkäufer da, der ja selbst einer der größten Dreckssäcke scheinbar in der Stadt war, weil er das zu immensen Preisen da raus hat und der sich da beschwert hat über die, ja, die Cyborg-Mofa-Gang, nennen wir sie mal so, die für mich ja aussahen, als wären die im falschen Film. Wie fandest du die? Ja, ich fand's auch, das hat in das ganze Setup irgendwie nicht so reingepasst. Es hat dann immer wieder rausgezogen. Ich finde auch bis zum Schluss, bis zur letzten Folge, was wirklich, also, es lag auch einfach an diesen Rollern, an diesen Speederbikes, die sie hatten. Es hat einfach in diese ganze, in das ganze Tatooine drumherum hat es nicht gepasst. Ja. Irgendwie, das war, führte sich ein bisschen off an. Nicht bei dir. Ich fand auch, die Dage-Sahme aus, als hätte das irgendein Fan da reingebastelt in die Folge. Ja, ja, stimmt so. Weil die so abwesend wirkt. Als Mal waren die viel zu sauber, die blöden Dinger. Die waren die ganze Zeit sauber auf einem Sandplaneten. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, das könnte ich mir sogar noch so halbwegs erklären, weil es da eben so eine Motorradgang ist, die dann auch wirklich, genau, Tag ein, Tag aus sich um ihre Speederbikes da kümmern. Und die Sauberheiten, aber trotzdem, für Tatooine einfach zu sauber, zu clean und auch zu bunt. Genau, die Farbe passte auch nicht ins Gesamtbild. Das war ein bisschen merkwürdig. Richtig. Und ich musste immer so, ich hatte immer so Shadowrun-Cyberpunk-Vibes, wenn ich die gesehen habe, mit ihren ganzen Ersatzteilen. Das war für mich auch erstmal was, was ich mit Star Wars in der Form, in dieser Menge, nicht in Verbindung gebracht habe. Nee, vor allem, also klar gibt es bestimmt da in dem ganzen Star Wars-Universum, da auch andere Ansätze. Aber durch die Original-Trilogie und da Luke ja theoretisch auch so ein Mod ist, durch seine Hand, weiß man ja, dass das alles so gemacht werden kann, so gebaut werden kann, dass man es nicht sieht, dass es eben organisch aussieht. Und bei denen war es da eben genau andersrum. Die haben es ja genau so mechanisch dargestellt, also haben es dann auch offen getragen und waren da auch stolz drauf. Irgendwie hat es einfach nicht so ganz eingepasst. Die haben nicht gezogen, ne? Wer für mich aber funktioniert hat, ist dann ein erstmal Feind, der von den Oswans Cousins von Jabba geschickt wurde, nämlich unser schwarzer Wookie. Black Ressenten hieß er, glaube ich. Richtig, ja. Der hat mir erstmal als Gegenspieler gefallen, weil er die richtig, alle so richtig verdroschen hat. Das wirkte für mich wirklich logisch. Der hatte so seinen eigenen Charakter, obwohl der ja derjenige ist, der nicht groß redet. Du hast gesehen, wie der in dem Casino war und da seine, ich weiß jetzt nicht wieder, wie sie heißen, die Viecher, die die Wookies schon mal versklaven und du weißt den Namen wahrscheinlich, ne? Die Grandoshana. Ja, genau. Wie er die da komplett demontiert und da auch zeigt, nee, ich will da auch kein Geld für. Ich will da auch nicht für kostenlos hier trinken. Ich will jetzt meine Rache oder mich an denen auslassen. Und der hat für mich in der Kurzzeit relativ viel Charakter gekriegt. Der war erstmal den Jabba-Star untergeordnet. Ich weiß nicht genau, warum, ob es da eine Erklärung für gab, warum er jetzt mit denen unterwegs war. Ich weiß nicht, ob sie ihn einfach nur als Söldner angeworben haben oder ob er irgendwie eine andere Rolle hatte. Hast du da irgendwas mitgekriegt? Gab es da irgendwie eine Ansage? Nee, soweit ich weiß nicht. Ich glaube auch, er ist ja ein Kopfgeldjäger und wurde eben von den Hutten angeheuert, um Boba zu erledigen. Und das ging ja dann letztendlich nach hinten los. Ja, aber er hat auch schön die Mofagänge auseinandergenommen, so ein bisschen erstmal. Musste sich aber dann doch irgendwann geschlagen geben. Und schön fand ich halt auch, da fand ich es gut, dass man dann auf Elemente dieser Festung von Boba zurückgreift, die halt man schon kennt. Dass er halt einfach in die Grube geschubst wird, die halt da ist, wo normalerweise der, ja, jetzt habe ich letztes Mal mit dem Namen noch ausgesprochen. Ja, ist er. Den er später kriegt. Den Rancor. Rancor, danke. Mein Gott. Hab's heute mit dem Namen. Gefällt mir nichts ein. Dass er in die Rancor-Grube gestoßen wird, dann aber auch freigelassen wird. Das passt zum neuen Charakter von Boba wieder. Ja. Und jetzt ist die Frage, kommt der zurück, weil er die gleiche Ansichten hat, wie, ähm, wie unser Wookiee bei den Hauptfilmen, also wie Chewbacca, weil Chewbacca hat ja sich an Han, glaube ich, gehangen, weil der ihn mal das Leben gerettet hat. Er hat gesagt, deswegen zieht er mit ihm entsprechend weiter. Ist er deswegen zurückgekehrt? Oh, das ist eine gute Frage. Dass er dieses Gefühl von einer Lebensschuld vielleicht hat. Könnte ich mir gut vorstellen. Also, das kann man gut reininterpretieren. Das ist ja auch, äh, auch in Episode 1 schon bei den Gungans so, mit Jar Jar Binks, der auch dann eine Lebensschuld bei Qui-Gon hat. Also das, ja, auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, das war eine Figur, die mir richtig gut gefallen hat, auch wie der sich mal wieder durchgekämpft hat. Der hat mir von, sowohl die Kampfchoreografie, als auch das ganze Aussehen, als auch diese, diese kleinen Aspekte, wo immer wieder diese Charaktermotivation rauskommt, ne? Ja. Die sind böse zu meinem Volk, die mache ich jetzt lang. Die haben mich bezahlt, also kümmere ich mich um den Job. Und der hat mich freigelassen, also helfe ich dem jetzt. Da waren immer kleine Sachen, die einfach logisch waren und die gut funktioniert haben. Wobei mir da auch eine kleine Sache gefehlt hat. Ja. War ja in dem Solo-Spin-Off-Film, die Pikes ja auch die waren, die ganz viele Wookies versklavt haben, damit sie bei ihnen Spice abbauen. Und das wäre für mich dann auch noch wirklich eine große Motivation für ihn gewesen, dass er eben gegen die Pikes arbeiten möchte und diesen Spice-Fluss auch stoppen möchte. Aber das sind so Kleinigkeiten, da möchte ich gar nicht groß drauf umreiten. Ich habe den Solo-Film leider schon wieder komplett vergessen. Ich weiß nur noch, dass Emily Clark mitgespielt hat, das weiß ich noch. Das tut weh zu hören. Ja, leider irgendwie. Vielleicht habe ich den auch zu lange nicht mehr gesehen. Das könnte auch sein. Der ist auch schon ein paar Jahre alt, oder? Ja, auf jeden Fall. 2017? Nee. Ich gucke mal kurz. Nee, oder 2018? 2018. Guck mal, vier Jahre. Ich werde dieses Jahr 40. Darfst du was vergessen? Na gut, na gut. Gib mir das Argument. Da will ich nichts gesagt haben, aber es macht mir Angst vor meinen 40. Was ist auch noch so zweiter Tage Zeit? Minimal, ja. Nee, also der Wookie, da mir gefallen, dass der zur Gruppe dazukam, wo ich ein bisschen Probleme mit hatte, war dann mit dem Wechsel ab Folge 5. Denn ab Folge 5 haben wir ja quasi die Serie gewechselt. In Folge 5 haben wir Boba Fett überhaupt nicht gesehen. Aber dafür haben wir vielleicht eine der besten Folgen aus der Mandalorian-Serie gesehen. Weil die war richtig gut. Das stimmt. Das stimmt allerdings. Es war eine wirklich unglaublich gute Folge. Ich weiß noch, ich bin vom Fernseher mehrmals sehr doll ausgemacht. Und dann am Ende der Folge kam also ganz langsam die Realisation, dass da irgendwas gefehlt hat. Irgendwas hat nicht so ganz gepasst. Ja, toller Teaser für Mandalorian-Staffel 3. Irgendwie fehlt Boba Fett in seiner eigenen Serie. Ich habe auch gesagt, du hättest die Serie relativ einfach, die Folge besser einbinden können, indem du das umdrehst. Du machst am Ende die Szene, oder am Anfang die Szene, wo Mando zu Boba Fett kommt. Und die beiden setzen sich irgendwie zusammen, verhandeln so ein bisschen. Er sagt, okay, ich mache das so für dich. Und dann erzählt er im Rückblick seine Geschichte. Ach stimmt. Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Ja. Wobei letztendlich, also wenn man dann trotzdem all das reinnimmt, was drin war, wäre es immer noch sehr viel gewesen. Wobei ich eigentlich auch nichts davon vermissen möchte, weil es eigentlich durchweg alles sehr gut war. Das war super. Wir haben erst mal Mando gesehen mit seinen anderen Mandalorianer-Kollegen. Er hat das Dunkelschwert weiter gelernt, wie er damit umgehen muss und hat es sogar verteidigt gegen jemand anderen, der auf einmal das von ihm haben wollte. Fand ich ganz cool. Was ich erst mal schade fand, ist, dass sein Bestkraftstab direkt draufgegangen ist in der ersten Folge, nachdem er ihn noch erfolgreich eingesetzt hat. Aber ist ja für einen guten Zweck. Er hat ein Catnamb für Grogu geformt daraus oder formen lassen. Das sehen wir ja später. Da muss ich sagen, da hat mich das Inside ein bisschen enttäuscht. Ich habe auf die Vergleichsbilder gehofft zwischen Grogu mit Kettenhemd und Gimli mit Kettenhemd aus Herr der Ringe. Ich habe überhaupt wie können sie das? Ja, ich muss auch sagen, ich habe an Herr der Ringe gedacht, an Mitri, das Kettenhemd von Frodo dann. Aber mit Gimli, jetzt wo du es sagst, das stimmt, das wäre auch ganz lustig gewesen. Ja, das hätte ich mir schon erwartet. Ja, und dann wird Mando ja verstoßen, weil er ja zugibt, dass er seinen Helm abgenommen hat. Aber ihm wird auch gesagt, da wird nämlich schon was aufgebaut für die nächste Staffel, du kannst dich in den, waren das die Seen auf Mandalore, wo er sich reinwaschen kann quasi von seiner Schuld? Ähm, ja, das waren ja irgendwie die Quellen, irgendwie sowas in der Richtung, die unter der Stadt verlaufen sollen, irgendwie sowas. Genau. Das ist für mich so ein kleiner Teaser, dass wir in Staffel 3 dann, gut, das ist zu erwarten, dass wir Richtung Mandalore gehen, weil das ist ja das Ziel, die Befreiung von Mandalore wahrscheinlich. und dass wir da dann diese Auflösung vielleicht zum Ende hinkriegen, dass er sich da wieder reinwäscht und wieder ein reiner Mandalorianer ist oder am Ende sagt, ich bin wie ich bin, ich vertrete den, ja, den, den Glauben, aber ich handel nach meiner Vorstellung. Das werden wir sehen. Bin ich noch gespannt drauf, was da weitergeht. Da bin ich auch noch sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Soll ja auch, soweit ich weiß, dieses Jahr noch kommen. Weiß ich jetzt gar nicht mehr, ein bisschen mal gucken. Ja, und wir haben ganz viele Rückkehrer, ne? Wir sehen Luke Skywalker wieder und ich würde sagen, deutlich besseres CGI noch als am Ende von Mandalorian. Ich finde, der sah noch echter aus. Ja, auf jeden Fall. Das ist sehr gut gefallen. Also ich war, ich weiß nicht, ich war bei Staffel 2 Mandalorian am Ende ein bisschen enttäuscht, weil es eben, man so deutlich das CGI gesehen hat, aber jetzt in dieser Staffel Boba war es natürlich viel, viel besser. Ja, haben sie toll gemacht. Dann sehen wir was, was auch so ein bisschen Vorstellung ist. Wir sehen, dass der Tempel von Luke gebaut wird. Dann sehen wir natürlich, dass er Grogu trainiert und er sein erster Schüler werden soll. Und ich finde, da hat es sich die Serie selbst ein bisschen schwer gemacht, weil wenn wir alle die Star Wars Filme gesehen haben, dann wissen wir ja aus der Erzählung der neuen Filme, dass der erste Schüler von Luke ja nicht Grogu war, sondern eigentlich Ben Solo war. Hat man sich da selbst ein bisschen ins Bein geschossen? Ja, weiß ich, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also, dass es da nicht immer nur Überraschungen geben kann, ist ja auch klar, gerade wenn es Story-technisch schon weiter voraus geht. Vielleicht hätte man da noch ein bisschen mitspielen können, das auf jeden Fall, aber dadurch, dass es ja auch eigentlich keine Mandalorian-Serie war, sondern die Boba-Serie, war ich dann okay, dass es dann relativ schnell durchgezogen wurde. Ja, das stimmt. Wobei, das Ganze drumherum war natürlich, also das war ja auch wieder sehr gefeiert, muss ich sagen, das Training mit Grogu, die Gespräche mit ihm und ich weiß nicht, ob du da jetzt gleich noch drauf einkommen möchtest, aber auch der Rückblick in Grogu's Vergangenheit. Ja, auf jeden Fall. Ich möchte auf beides eingehen. Erstmal, wir haben unheimlich viele Montagen, die sehr stark an die Ausbildung von Luke mit Yoda erinnern. Das fand ich ganz cool. diese Folge ist extrem viel Fanservice, die aber gut verpackt war. Sagen wir es einfach mal so. Sehr viele Sachen, die gut verpackt waren. Das war drin und natürlich die Geschichte von Grogu. Du sprichst auf Order 66 an, ne? Richtig, richtig. Nach, was sind das, 17 Jahren fast, dass man wieder Order 66 im Live-Action sieht. Das war schon was. Also, war ja auch sehr gut dargestellt alles, auch wenn es nur so eine kleine Vision war. Und hat trotzdem noch alles offen gelassen, finde ich. Also, man hat ja nicht wirklich gesehen, wie Grogu gerettet wurde, was von ihm passiert ist. Das heißt, da kommt vielleicht auch noch ein bisschen mehr in Staffel 3. Hast du die Fan-Theorien dazu ein bisschen was gehört, was es da so gab? Nur ganz wenig. Es gab so eine Fan-Theorie, dass, die haben Leute, haben sich Gedanken gemacht über die Position, aus der Grogu guckt, haben gemutmaßt, dass der ungefähr auf der Höhe von R2-D2 ist. Als würde der quasi auf oder in R2-D2 sitzen und vielleicht auch damit gerettet worden sein. Und das wurde verbunden mit dem Anfang der Folge, wo Grogu, oder war das da, oder war das in der Mandalorian, wo auf jeden Fall R2-D2 sich so freut, als er Grogu sieht. Das ist nicht schlecht. Das ist eine spannende Theorie, finde ich sehr interessant. Das ist echt nicht schlecht. Aber ist das auch. Das passt natürlich dann zur nächsten Folge wieder, wo dann R2 auch Grogu ihn unterstützt. Ja. Das würde das alles noch ein bisschen besser verbinden, das stimmt. Finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Ja, und Order 66 finde ich cool, dass wir uns wieder aufgreifen, weil das hier ein ganz wichtiger Punkt an der Star Wars-Geschichte ist. Ja, das ist ja der Wendepunkt, mehr oder weniger schlechthin. Also das ist ja sehr schön, dass man da noch ein bisschen was aus anderen Blickwinkeln auch gesehen hat, was man ja in den letzten Jahren sonst noch irgendwie in Animationsserien oder Computerspielen gesehen hat. Deswegen bin ich auch sehr gespannt, ob der jetzt noch mehr kommt. Ja, cool. Es wird ja immer noch gemutmaßt, dass Boba ja irgendwann noch mal auf Race Window oder sowas trifft, obwohl ich mir nicht sicher noch mal weiter Boba Fett als Serie sehe. Das werden wir am Ende noch mal besprechen. Müssen wir mal gucken. Ja, aber diese ganze Verbindung fand ich auch gut. Und ich fand es auch schön, Ahsoka wieder zu sehen. Ja. Was ich schade fand, mir hat eine Sequenz gefehlt, und zwar ein längeres Gespräch zwischen ihr und Luke über die Beziehung zu Lukes Vater. Weil sie ja als Padawan von Anakin, da hätte man noch ein bisschen mehr rauskitzeln können. Aber dann wäre es wirklich rein Mandalorian oder eine Star Wars-Geschichte gewesen. Und dann wäre Boba Fett, glaube ich, gar nicht mehr vorgekommen. Richtig. Dann wäre es eigentlich schon wieder in der Skywalker-Saga gewesen. Wobei ich da fast sogar es noch besser gefunden hätte, wenn sie über Lukes Mutter, über Padme geredet hätten, weil sie ja die auch sehr gut kannte. Und über Darth Vader in den Zeiten zumindest schon häufig genug geredet wurde. Das stimmt. wirklich eine der sehr wenigen Personen, die dann auch wirklich mal die Mutter getroffen haben, mit der er drüber hätte reden können. Stimmt, das wäre auch cool. Wenn wir da einfach so eine Szene, wo die zusammensitzen und sich unterhalten. Gut, das wird wahrscheinlich schon gelaufen sein, bevor wir das so erlebt haben, weil sie war ja schon da quasi. Ja. Aber das wäre noch ganz cool gewesen, muss ich auch sagen. Wer weiß, vielleicht kommt es auch noch in der Ahsoka-Serie. Ja, das wäre auch cool. Die kriegen wir ja auch noch. Ja. Also ich freue mich auf die weiteren Serien, die noch kommen von Star Wars. Also Wendelloyen-Fortsetzung, Ahsoka, Obi-Wan-Knobi, die ja als nächstes kommt, die kommt ja jetzt im Mai. Mai? Ja. Ja, im Mai. Genau. Da freue ich mich auch drauf. Auch wenn ich nicht der Riesen-Star-Wars-Mensch bin, aber ich gucke die Serien gerne, weil ich gerne mag, wenn sich so Geschichten zusammenfinden und man halt die Übergänge kriegt, wo halt Lücken eigentlich sind. Deswegen mochte ich eigentlich auch die alten Filme. Ich mochte auch Rogue One sehr gerne. Ja, also ich bin auch ein großer Fan und Verfechter von Rogue One. Weiß mir doch. Also da gibt es einfach viele Kleinigkeiten, die das Ganze noch besser verbunden haben und es war auf jeden Fall sehr schön mitzuerleben. Schlimm ist leider nur, dass man am Anfang schon weiß, dass es für die Leute nicht gut ausgeht. Das ist einfach so. Das, ja. Das ist das Titanic-Prinzip, wenn man vorher schon weiß, das wird nicht so gut für uns. Naja. Ja, und was mich hier schon wieder, das ist schon wieder das Gleiche. Wir haben wieder einen Jedi, der es nicht versteht, dass dieses vor die Wahl stellen immer eine schlechte Idee ist. Das hat noch nie gut funktioniert. Und Luke macht dieselben Fehler, die ich schon alle vorhin gemacht habe. Entweder du bist das oder das. Die Jedi lernen es auch nicht, oder? Nee, nee. Was vielleicht dann ja auch später in Episode 8 ein bisschen dazu führt, wieso Luke dann letztendlich so geworden ist, weil er eben diesen Fehler einsieht, wer weiß. Wobei das Episode 8, das möchte ich eigentlich ja rausziehen und vergessen. Episode 8 wird in den Giftschrank, wird Schlüssel weggeworfen. Richtig. Aber ja, natürlich, die Grogu da vor die Wahl zu stellen, keine gute Idee. Nee, selten blöd, oder? Also ich verstehe es nicht. Ich verstehe diese Einstellung nicht, aber das ist halt dieses typische Jeditum. Das ist halt dieses Glaubending, was man ja auch öfter bei Glaubensgemeinschaften hat. Entweder glaubst du das oder das. Und das ist so eine Einstellung, die bei uns in der Gesellschaft nicht funktioniert, in Filmen noch weniger. Richtig. Wobei man ja sogar weiß, dass es ja auch ein Mandalorian gab als Jedi. Also es hat funktioniert, es konnte funktionieren. Wenn man da vielleicht in der Serie noch irgendwie ein bisschen, ein paar mehr Hintergrundinformationen bekommen hätte, dass das irgendwie kontrastrophal schiefgelaufen ist und deswegen ja auch das Dunkelschwert dann letztendlich an die Mandalorianer ging und deswegen vielleicht Luke nicht möchte, dass Gogo beides macht, sondern sich wirklich entscheidet, Jedi oder Mandalorianer, dass es da in die Richtung geht, aber das hat ja leider gefehlt. Ja, aber das ist ja wirklich gut gewesen, da hast du recht. Aber dann hätten wir wirklich eine Serie, also ich finde, wir hätten eine Serie mit zehn Folgen gebraucht, wenn man das beides schon vermischen will, damit man beide Seiten besser erzählen kann. Wenn man auch von Boba Fett mehr erzählen kann. Mich haben die sieben Folgen echt gestört, das war zu wenig. Ja, also für mich auch. Allein die Vergangenheitsstory hätte für mich schon fast eine ganze Staffel ausmachen können. Da hätte man noch sehr viel mehr machen können und auch allein die allerletzte Folge, die hätte man auf jeden Fall auf zwei Folgen aufteilen können. Ja, eigentlich sogar fast müssen in dem Zusammenhang, wie es gemacht wird. Ja. Ich finde auch, du hättest die Anfang der Vergangenheitsgeschichte, da hättest du so ein, ja so der mit dem Wolf tanzt so ein bisschen intensiver, ne? Diese Richtung gehen können. Da hat man, das ist ja im Grunde die Geschichte. Genau. Und die hätte man noch tiefer ausarbeiten können. Es war nicht schlecht, aber es war zu kurz. Ich glaube, das ist auch die Quintessenz der ganzen Staffel. Vieles kam zu kurz. Aber wir sind ja noch nicht am Ende. Wir reden noch über die Rückkehr nach Treetown. Und zwar zu Copland kennen wir zurück. Wie war das denn für dich? Wie fandest du das? Hat mich sehr gefreut. Also ich fand das auch schon in Mandalorian sehr gut dargestellt, auch eben, dass es da auch kleinere Dörfer nebenan gibt, eben nicht nur die großen Städte und dass es da auch eben, also es passt, es passt auch in dieses ganze Setup, dass es eben dieses Western-typische ist und dass es da den Sheriff gibt, der Verordnung sorgt, der dann auch eben da diesen Spice-Handel unterdrücken möchte. Das war schon sehr gut. Was mich da auch sehr gefreut hat, war, dass man sieht, wie sich die Ereignisse von Mandalorian eben da auch ausgewirkt haben. Auch wenn es so kleine Details war, wie jetzt eben dieses Gerippe, dieses Crate Dragons, der dann da in dieser Kantina, in dieser Dorfkantina war oder in dem Saloon ja fast schon. Der Kopf war auf dem Fahrzeug von den, wie hast du die Kleinen mit den Kapuzen? Von den Jawas. Jawas, danke. Das wird heute nicht besser mit den Namen. Ja, das übernehme ich heute mal. Ja, das ist sehr gut. Das freut mich immer. Ich weiß immer, wie ich meine, aber ihr fallt den Namen nicht an. Ja, die hatten ja auch den Kopf von den Kraytrafen oben drauf. Das war auch cool. Richtig. Dann der Namensänderung in Freetown, weil sie jetzt frei sind von der Bedrohung und sowas, war auch ganz cool. Ja, und dann haben wir ja nicht nur, dass Mando da die Leute anheuert quasi für Boba, als Unterstützer. Sondern wir haben, nachdem Mando weg ist, der mit einem sehr coolen Schiff wegfliegt, wir haben nämlich auch ein neues Raumschiff von Mando. Nachdem die Razor Quest ja ein bisschen in die Luft aufgegangen ist in Mandalorian Staffel 2, leider, war ja auch ein schönes Schiff, hat er jetzt ein N1, ist das glaube ich, von den, aus den alten Filmen quasi und du hast nur ganz in Silber. Also das heißt, der alten Film, aus dem Prequel-Film. Richtig. Schön ist der. Von Naboo sehr schön. Da habe ich auch wieder, also es ist ja in dieser Episode 5, die ja generell sehr gut ist, habe ich auch sehr gefeiert, dass es eben dieser Sternjäger ist von Naboo. Wobei, ich glaube, dass das das falsche Schiff für Mando ist. Das ist einfach nicht das Richtige. Er braucht etwas Größeres, er braucht etwas, in dem er wohnen kann und da wäre mein ultimativ Lieblingsschiff, was er auf jeden Fall bekommen sollte, auch wenn es sehr, sehr unwahrscheinlich ist, die Eben Hawk, die dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen was sagt, vor allem bekannt durch die Star Wars-Spiele Knights of the Old Republic. Ah, guckst mir gerade mal an. Genau. Cool. Also ähnlich wie der Millennium Falcon, von der Größe her und von dem Aufbau. also ein kleines Frachtschiff, auf dem man aber mit einer kleinen Crew auch sehr gut leben kann und durch die Galaxis reisen kann, um da seine Kopfgelder einzustreichen. Ja, cool. Das wäre mein Traum, aber zeitlich spielt das Schiff ja auch tausende von Jahren vor Book of Bober, deswegen glaube ich nicht, dass das passiert. Richtig. Wollte denn, eins hat man ja auch geholt, vielleicht findet man dafür ja auch noch irgendwo eins. Wer weiß, vielleicht. Also wenn es soweit kommt, dann weißt du, ich bin vor dem Fernseher in Ohnmacht gefallen. Ja, sehr gut, dann rufe ich dich dann direkt an. Sehr gut. Ja, aber die N1, ich finde sie hübsch, aber ich habe auch gedacht, das ist kein Schiff für Mando, der braucht was Größeres, wo der einen Wohnbereich hat, wo der Sachen lagern kann, was passt nicht ganz zu ihm. Das ist für mich so ein Übergangsschiff. Richtig. Wobei es natürlich auch ein bisschen Vorschädigung sein kann, dass er jetzt eben nicht mehr der Kopfkirche-Jäger ist wie früher, sondern dass er in eine andere Richtung geht, eben gerade auch mit Mandelor in Staffel 3 dann vielleicht, dass es da eben ein ständiger Wohnsitz wird. Kann ich sein. Ich möchte aber auch mit so einem Schiff keine Langstreckenflüge machen, wo du keinen Platz zu lassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, vor allem nicht, wenn man dann hinten drin sitzen muss. Ja, richtig. Ja, das nur so nebenbei, das fiel mir noch ein, dann ist natürlich Mando wieder weg und ja, dann kriegt Cobbent nochmal Besuch und von einem nicht so netten Gast, aber von jemandem, den man aus Clone Wars kennt, der auch, glaube ich, recht beliebt ist durch Clone Wars. Und zwar taucht hier, ich habe es ganz stark verglichen, einerseits mit so einem Clint Eastwood-Film, eine typische Szene und auch mit dem, ich weiß nicht, ob die Dunkle Turm-Reihe von Stephen King kennt. Das habe ich nur mal ganz am Rande mitbekommen, aber... Da gibt es auch eine Geschichte, da folgt quasi ein Revolver-Mann einem dunklen Mann durch die Wüste und das passt für mich so gut da rein, dass der da quasi aus der Wüste rauskommt, weil ich da so ein ähnliches Bild auch mal zusammen mit dem Dunkle Turm gesehen habe. Ja, wir sehen Cat Bane. Wie fandest du denn die Umsetzung? Also, ich war in Clone Wars nie der allergrößte Cat Bane-Fan, also, ein cooler Charakter, auch ein bisschen was anderes als diese klassischen Star-House-Charaktere. Trotzdem, so eine Rückkehr ist eigentlich immer phänomenal, also damit kriegt man mich eigentlich immer bei Star-House. So kleine Easter Eggs und Rückkehrer-Referenzen zu alten Filmen, da bin ich immer ganz stark mit dabei. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, als ich ihn gesehen habe und da auch schon die Silhouette erkannt habe von ihm, auch wie er umgesetzt wurde, also das Kostüm von ihm war ja eigentlich eins zu eins eigentlich wie in Clone Wars oder müsste man ja fast schon sagen wie in Bad Batch, weil sich ja da noch ein bisschen verändert hat. Aber nee, fand ich eigentlich, also auch der Charakter an sich auch genauso umgesetzt, der war jetzt nicht irgendwie anders dargestellt, sondern so kennt man ihn, so ist er und so ist er auch bis zum Schluss geblieben. Ja, ist doch gut. Er hat sich dann ein bisschen der Leute da entledigt, zumindest dem Hilfs-Sheriff, wo ich, wir haben die Serie, wir haben die Folge angefangen, er taucht das erste Mal auf, wir haben gesagt, okay, wer ist jetzt Star Trek, wird der ein rotes T-Shirt tragen, weil du weißt genau, der überlebt die Folge so oder so nicht. So eine Figur, die überlebt einfach nicht. Ja, ja, also es ist, ja. Und so war es dann auch und dann wurde Copeland auch noch angeschossen und da hat man dann gedacht, manche haben ja gewunkelt, der wäre gestorben, direkt klar, der ist nicht gestorben, der wurde halt angeschossen. Der Schuss ging irgendwo Richtung Schulterregion da in die Ecke, also tot konnte der nicht sein, das heißt, der wird irgendwann auftauchen. Ich habe es sogar gedacht, der würde vielleicht in der letzten Folge noch auftauchen als Überraschung. Vielleicht irgendwie wirklich angeschlagen, aber das ist er trotzdem auftaucht. War jetzt nicht so, aber man hat ihn später ja dann nochmal gesehen. Ja, aber damit haben wir schon mal eine Gruppe raus, die eigentlich helfen sollte und sind dann in die letzte Folge gegangen. Da haben die, ich weiß nicht, wie die auf die Idee gekommen sind, dass sie quasi ihre Truppen in der Stadt verteilen bei so wenigen Einheiten, die ich habe, gegen ein ganzes Syndikat, was mich angreifen will. Wie fandest du diese Idee? Ja, vor dem Hintergrund, dass sie ja eigentlich dachten, dass sie noch Verstärkung kriegen und eben nur zeitweise, also nur ein bisschen darauf achten mussten, okay, wo geht es los? Okay, aber letztendlich wäre von Anfang an die Idee, sich in den Palast zu verschanzen, hundertmal besser gewesen. Da hätte er ja, da hätte er seine Truppen zusammengezogen, da hätte er sich, da wäre er in Sicherheit und hätte von da aus dann angreifen können. Ja. Natürlich war da die Idee wieder, er hat ja erst mit den, sagen wir mal, Gebietschefs gesprochen, die haben alle gesagt, okay, wir machen nichts, wir halten uns raus. Er hat auch gedacht, die fallen dir nicht in den Rücken, das ist natürlich wieder passiert. Das ist halt so eine typische Mafia-Geschichte eigentlich. Du verbündest die mit welchen oder sagst zumindest, haltet euch raus und die fallen dir in den Rücken, weil der andere besser bezahlt. Richtig. Und halt dieses, dann kam halt die Idee, ziehen wir uns in den Tempel zurück? Er hat ja klar dagegen gesprochen, was man natürlich mit dem Charakterwechsel jetzt sagen kann. Er wollte halt die Bevölkerung auch beschützen. Wobei ich sagen muss, wenn die alle nur auf ihn drauf wollten, dann hätte er ja die Gegner sogar rauslocken können. Weil die hatten ja mit der Bevölkerung eigentlich nichts am Hut, das Syndikat. Die wollten ihm ja an den Kragen. Die Frage, ob da die Einschulung so die richtige war von ihm. Ja, also es ist ja auch dieses klassische Heldentum dann. Wenn man sich selbst zurückzieht, dann werden eben die Unschuldigen als Opfer genommen, als Geiseln genommen, damit der Held wieder rauskommt, um sie zu retten. Deswegen vielleicht gar nicht so schlecht, dass er da dann auch in der Stadt geblieben ist. Wobei ich da auch ganz gerne eben diesen Cut der Folge gehabt hätte. Also da hätte ich gerne gehabt, eine Folge endet und die neue beginnt. Im besten Fall, dass da auch erst die Ex-Person kommt und dann vielleicht sogar mehrere Ex-Personen über die ganze Stadt verteilt und dann eben alle seine Verbündeten von ihm abgeschnitten werden und die Folge damit endet, dass er ganz alleine da steht mit Mendo und dann eben erst in der nächsten Folge alles wieder zusammengeführt wird. Das stimmt. Das wäre cool gewesen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dann hast du eine Szene da, wo die Mofa-Gang quasi dezimiert wird. Ich kannte die Figuren gar nicht, die da verloren gehen. Das waren doch auch nur welche, die noch dazugekommen sind. Die waren doch anfangs nur vier oder fünf und das waren auf einmal ein paar mehr. Oder habe ich das falsch gezählt? Oh, ich weiß gar nicht, wie viele das am Anfang waren. Darauf habe ich gar nicht so geachtet. Aber es waren auf jeden Fall nicht viele, weil es waren ja auch nicht viele Mofas, die man immer gesehen hat. Ich könnte es mir so erklären, dass eben dadurch, dass sie dann im Dienste von Boba standen und da ein bisschen Geld auch bekommen haben, dass sich da dann noch ein paar angeschlossene haben zum Ende hin. Das, ja, okay. Aber ja, ich kannte die meisten da jetzt auch überhaupt nicht, die da dann am Ende gestorben sind. Ich finde da auch, es ist auch dieses Mitleiden einfach nicht gegeben. Weil du verlierst halt Leute, mit denen du gar keine Verbindung aufgebaut hast. Und das ist halt so dieses, bei dem, ich fand dieses Angeschossen-Wirfen-Kopp-Wend deutlich schlimmer, als drei von der Mofa-Gang, die da sterben. Richtig. Weil da einfach nichts da war. Was ich cool fand, war, wie der unser Kursenten, wie der sich da gegen die Übermacht immer wieder zurückgekämpft hat. Das passte wieder zu der Figur irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Und was mir unheimlich gut gefallen hat, war das Team-Up dann von Boba und Mando. Weil das war so richtig Western-Duell gegen die Übermacht. Das hat mir richtig gut gefallen. Das hat auch noch mal sehr gut gezeigt, was die Mandorianer eigentlich für Kämpfer sind. Das ist eben nicht Standard 0815 Gauner sind, die einen Blas an die Hand bekommen, sondern dass es wirklich trainierte Leute sind, die das über Generationen hinweg veränderlicht haben. Das hat man da auch sehr gut rübergebracht, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Und halt auch diese ganze Choreografie, mal das Jetpack benutzt, dann die Körperwaffen irgendwie eingesetzt. Richtig gut gemacht, muss ich sagen. Ja, dann die überraschende Rückkehr von Grogu, der quasi von R2D so rübergeflogen wird. Auch ganz putzig, aber merkwürdig, wie er dann in die Schlacht gebracht wurde, finde ich. Es war so dieser Comedy-Aspekt da mit der Rickshaw da auch. Ja, die man auch wieder aus Episode 2 schon kennt, was mich dann auch wieder sehr gefreut hat. Meiner Meinung nach aber auch viel zu früh. Also den hätte man in Prober eigentlich nicht mehr sehen sollen. Ja. Aber gut, es ist Baby Yoda und jeder freut sich, wenn er Baby Yoda sieht, deswegen durfte er wahrscheinlich auch nochmal wiederkommen. Baby Yoda verkauft hat auch, ne? Richtig. Alles, was mit dem in Verbindung steht, da machst du richtig gut Gold draus. Das ist ja das Verrückte dabei. Ja, dann haben wir natürlich die Übermacht, dann kommen noch diese Druidica 2.0, die für mich auch super aus Terminator hätten stammen können. Ja, ich wollte sie auch genauso nennen. Druidica 2.0 ist, wenn man sie sieht, dann weiß man sofort warum. Terminator-Vergleich eigentlich auch ganz passend. Stimmt. Habe ich gar nicht so dran gedacht. Ja. Wann ist du den Kampf gegen die zu lang? Ne, also fast. Ich finde, es hat noch gepasst, weil es eben auch nochmal wieder sehr gut zeigt, dass eben normale Menschen in dem Star Wars Universum große Probleme mit Druiden haben und auch gerade solche Druidica ähnlichen Maschinen, dass es eben nicht so ist, wie in den ersten Star Wars Filmen, wo die Druiden dann einfach von den Jedi mit den Laserschwertern in Stücke gehackt werden und da eher diesen Comedy-Charakter haben, sondern dass es eben ernstzunehmende Gegner sind und wo dann zwei große auch schon ausreichen, um eine ganze Schar von Menschen eben in Angst zu versetzen und dass man da eben gar nicht gegen angehen kann. Wobei ich fast schon, also es gab eine ähnliche, also nicht eine ähnliche Folge, es gab mal eine Folge bei Clone Wars, wo die Klon-Truppen auch gegen Druidica kämpfen und dann Einwohnern zeigen, wie sie eben diese Schilde ganz einfach umgehen können, wenn sie einfach die Detonatoren durch den Schild durchrollen, langsam genug. Und sowas hätte ich mir hier auch gewünscht, aber das ist auch wieder so ein kleines Detail. Das ist ja witzig. Ja, schön ist, dass Mando sein Dunkelschwert mal wieder eingesetzt hat, zumindest getestet hat. Er wusste ja noch nicht, wie das funktioniert, dass das halt nicht so einfach ist, da reinzukommen. Das fand ich dann auch logisch, dass er das gemacht hat, weil alles probieren, was geht, mit den anderen Waffen kommt er nicht durch. Versucht das halt damit. Ergibt Sinn. Was mir gefallen hat, ist, dass die verschiedene Aspekte von so typischen Wild-West-Schlachten hatten. Du hattest einen Gebäudekampf, du hattest dieses Verschanzen irgendwo hinter, du hattest auch, dass du einfach mal weglaufen musst vor dem Gegner. Wobei ich sagen muss, es ist auch egal, welche Serie, welcher Film, die Figuren lernen nie, dass man nicht nur geradeaus laufen sollte. Weil das ist was Schlechtes, wenn jemand hinter dir herkommt. Richtig. Und ich glaube auch, in dieser Stadt gibt es Seitenstraßen, da muss man nicht über die Hauptstraße laufen. Man sollte vielleicht mal ausweichen. Aber gut, das macht jeder Film. Dieser Spannungsaufbau, die werden verjagen, er verfolgt. Ist halt so. Ja, und dann erkennt der gute Boba irgendwann, wir haben keine Chance, wir brauchen Unterstützung. Und dann geht er seinen Host hier holen, das mal eben von einem kleinen Cameo-Auftritt eingeführt wurde, von jemandem, den man jetzt nicht bei Star Wars erwartet hätte. Nämlich von Danny Trejo, der einfach mal kurz da als Trainer vom Rancor den da hinbringt. Richtig. Aber man hat ihn ja in der Folge nicht nochmal gesehen. Nee, richtig. Der war nur in der einen Folge. Genau, ich hatte eigentlich gedacht und gehofft, dass man ihn vielleicht noch ein, zwei Mal mehr sieht, aber bei sieben Folgen und der Hälfte davon gefühlt Mando war dann einfach nicht mehr die Zeit dafür, nehme ich an. Aber hat mich trotzdem, also das war wieder so ein Moment, den ich sehr gefeiert habe, als Boba dann auf dem Rancor in die Stadt gekommen ist. Ja, sah auch cool aus. Der Rancor, so ein bisschen eine Mischung in der Folge jetzt zwischen King Kong und Hulk, so wurde der ein bisschen dargestellt. Manche King Kong-Allüren gab es da mit dem einen Turm und richtig eine genaue King Kong-Szene hatte. Aber ich fand es cool, wie der die Druiden auseinandergenommen hat. Ja, ich kann es nicht lassen, aber auch da wieder ein geiles Easter Egg meiner Meinung nach, weil Boba ihm ja auch noch sagt, also ich habe es auf Englisch geguckt, vielleicht als Hintergrund, dass er ihm dann, bevor er den Druiden tötet, ihm dann auch sagt, do it, so wie Palpatine in Episode 3 zu Anakin, bevor er Count Dooku tötet. Ja, cool, das wusste ich jetzt nicht. Hat mich auch wieder sehr gefreut. Ja, und was passiert da mit dem Rancor? Der Rancor mag kein Feuer, zumindest temporär. Da ist Cat Bane taucht auf, verscheucht ihn mit Feuer, macht ihn dadurch irgendwie rasend. Aber der Rancor hat auch ein Gedächtnis, wie ein Goldfisch, ne? Als dann Mando ihn mit Feuer beschießt, stört ihn das auf einmal nicht mehr. Richtig. Da war so ein kleiner Fehler drin, finde ich, oder? Der war so rasend, dass es ihn dann nicht mehr gestört hat. Das kann natürlich auch so. Könnte man das so verkaufen, ja. Ja, was mich total gewundert hat, ich hätte gedacht, dass Cat Bane jetzt das Finale-Finale ist und eigentlich war ja der Rancor auch noch so ein Teil-Finale, ne? War ja nicht nur Cat Bane, wir hatten einmal das Rancor-Finale, einmal das Cat Bane-Finale, dass der Rancor wieder beruhigt werden muss. Das übernimmt dann Baby Yoda, der dann auch beim Rancor einschläft. Er hat es plötzlich gemacht, das war ganz süß. Und dann haben wir Boba gegen Cat Bane im Duell und da ist was aufgenommen, was ich gerne mag, ich mag gerne Rückbezüge in Serien. Das heißt, den Kampfstab, den er am Anfang selbst gebaut hat, der kam jetzt jetzt zum Einsatz und hat das Ganze dann auch beendet quasi. Und schön war, dass Boba Fett zumindest seiner eigenen Serie die letzte Kampf-Szene hatte. Also die letzte Schlacht war wirklich seine Schlacht. Das war so ein bisschen Wiedergutmachung für ihn und für die Familie, weil ja gesagt wird, die Familie wurde nicht von diesem, von dieser Biker-Gain umgebracht, sondern vom Syndikat. Und Cat Bane ist halt da mit oben dabei und deswegen wird er quasi, spielt er quasi die Rache von Boba dafür. Wie fandest du diesen finalen Kampf zwischen den beiden? Also, es hat mich jetzt nicht übermäßig überrascht, es war eigentlich genau das, womit ich auch gerechnet habe, dass sie eben diesen klassischen Stand-Off nochmal haben, dass sie dann das Schießen anfangen. Es war mir vielleicht ein bisschen zu viel, dass Cat Bane da immer wieder auf ihn eingeschossen hat und gut, durch die Rüstung kommt er nicht durch, aber das weiß ein Cat Bane eigentlich auch und der sollte eigentlich auch gerade auf die Distanz ein so guter Schütze sein, dass er da vielleicht irgendwo zwischenschießen kann. Aber es ist eigentlich zu gut, dass der da nicht trifft. Er hat ja so viele offene Stellen, gerade Boba. Armando ist schwieriger, der ist halt stärker gepanzert. Genau, also da hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass das ein bisschen anders gelöst wird, aber auch, wie du schon gesagt hast, dass er den Stab dann nochmal eingesetzt hat, dass er eben das Cat Bane stellvertretend für das Syndikat steht und diejenigen, die seine Familie getötet hat und dass er mit den Waffen seiner Familie ihn dann dementsprechend tötet, das war natürlich wieder sehr passend. was ich wiederum dann schade fand, die letzten Szenen der Serie gehören nicht Boba Fett, seine eigene Serie. Denn am Ende sehen wir noch, dass der Bürgermeister der Verräter plus die Anführer der einzelnen Gebiete nochmal weggemerchelt werden und zwar von Fennec. Jetzt mal eine Frage an dich, vielleicht habe ich es verpasst, gab es da irgendeine Absprache zwischen den beiden oder handelt sie da komplett auf eigene Faust? Da gab es, so wie ich es verstanden habe, gab es auf jeden Fall eine Absprache. Also sie sollte ja, sie erfahren ja, dass die Pikes ihr Büro eben da außerhalb haben und sich da verschanzen und deswegen schickt er sie ja los, um da hinzufahren. Also so wie ich das verstanden habe, heißt es dann auch, okay, dann mach sie alle kalt. Also er hat dem quasi auch zugestimmt, das heißt, ist okay. Es ist nicht so, es wird ja oft gemunkelt, dass Fennig sich quasi manchmal über seine Anweisungen hinweg sitzt und hier ist dann schon so, nee, war abgestimmt. Er wollte es quasi nicht selbst machen, weil er gerade was anderes zu tun hatte und dir dann gesagt, komm hier, mach du mal. Okay. Ich finde halt schade, dass die letzte Szene nicht ihm gehörte. Das finde ich immer ein bisschen schade, weil er hat in der Serie schon oft, fehlten ihm Szenen, war er nicht dabei und auch die letzte Szene war nicht seine. Das fand ich schade, ruhig ganz ehrlich. Kann man so machen. Interessant. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass es die letzte Szene gar nicht sein. Das fand ich jetzt auch nicht so schlimm. Ich fand es eher gut, dass Fennig da noch mal auch ein bisschen Zeit für sich hatte, um einfach mal zu zeigen, wieso ist sie denn eigentlich so eine gute Kopfkidiererin? Was macht sie eigentlich aus und wieso will Boba sie auch gerne an seiner Seite haben? Ja, das stimmt. Also, dass sie da auch gewisse Fähigkeiten hat, die so bisher auch nicht großartig offenbart wurden in der Serie, wenn ich mich richtig erinnere. Und sie ist auch ein bisschen kurz gekommen. Sie war in der Endschlacht, hat sie mitgewirkt, aber ansonsten ist sie ein bisschen kurz gekommen. Die ersten Attentäter hat sie gestellt. Genau, ich wollte gerade sagen, ganz am Anfang einmal, aber ansonsten war dann eher viel, dass sie sich um das Daily Business gekümmert hat, während Boba Fett daneben stand und zugeguckt hat. Ich hätte mir vielleicht noch vorstellen können, dass du am Ende die Szene einfach auch da wieder verknüpfst und lässt sie da reingehen. Sie meuchelt alle bis auf den Anführer von den Pikes quasi und dann öffnet sie die Tür für Boba und er kümmert sich dann, dann siehst du quasi nur noch, wie sie rausgeht. Hinter ihm geht die Tür zu und damit endet dann die Folge oder die Serie. Dass man dann aufs Offen lässt, was hat er jetzt gemacht, so ein bisschen mysteriös wieder was reinbringen. Aber gut. Das stimmt. Das sind manchmal zu viel Wunschdenken, glaube ich, aber das wäre ein paar Sachen gewesen, die ich gedacht hätte, ja, kann man machen. Ja, das war jetzt so die Serie. Da haben wir natürlich noch eine Post-Credit-Szene. Es geht ja nichts mehr ohne Post-Credit-Szene heutzutage. Und wir sehen das, was wir ja beide wussten. Komplett ist natürlich nicht gut. Der liegt jetzt in dem Back... Wie ist der Backbartank? Richtig. Wofür ist es eigentlich gut? Heilt der die Leute? Ist das so eine Hellflüssigkeit? Das ist zum Heilen, ja. Also sieht man ja bei Luke in Episode 5 auch, da ist er auch in diesem Tank. Da ist er aber... Da ist das Ganze ein bisschen unangenehmer. Da muss er drin stehen, drin schwimmen und kann nicht einfach drin liegen. Ja, okay. Aber ja. Und dann, ja. Komplett halt auch und dann ist da der... Sag mal, der Straßenmodifikator unterwegs. Also hier der Schwarzmarktmodifikator und wird ihn wahrscheinlich reparieren. Das heißt, wir kriegen hoffentlich nicht einen Cyborg-Komplett wieder, sondern einen normalen. Und die Frage ist, wie siehst du das jetzt? Ist das ein Hinweis, dass es mit der zweiten Staffel Boba Fett weitergeht oder einfach nur, dass es mit Komplett in einer Serie irgendwo weitergeht? Ich glaube schon, dass es mit Boba Fett weitergeht. Dass er vielleicht auch, er hat am Ende schon angedeutet, dass er ja gar nicht weiß, wie genau er die Leute führen soll in Mos Espa und dass das könnte seine Vertretung sein, dass er ihn vielleicht dann nicht als Sheriff von Freetown nimmt, sondern eben als Sheriff von ganz Mos Espa, dass man das dann in die Richtung aufbaut. Ich glaube, eine eigene Serie wäre ein bisschen zu viel. Ich dachte ja, dass er vielleicht eine andere Serie wieder mit einsteigt. Also vielleicht, wenn Mando Richtung Mandalore geht, so als Schützenbruder da mit einsteigt oder so aus einer Art. Ach so. Ja. Könnte man so sagen, also dass er sagt, so die Leute von Freetown, die sind jetzt in Sicherheit, die brauchen meine Dienste nicht mehr, ich widme nicht jetzt anderen Aufgaben. möglich. Aber weiß nicht, ob Mando dann schon so eng mit ihm verbunden ist, dass er da dann sagt, okay, er geht damit. Aber das ist halt eine Spekulation, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Möchtest du hier noch eine zweite Staffel von Boba Fett sehen? Das ist ja die andere Frage. Schon, ja. Also, ich werde auch niemals genug von Boba Fett haben, glaube ich. was ich, was eine Sache, die ich unheimlich gerne noch sehen würde, das hattest du vorhin ja schon mal angeschnitten, eben ein Aufeinandertreffen mit Mace Windu. Es muss gar nicht mal Mace Windu sein, es würde mir Luke Skywalker schon reichen. Ja. Also, das ist ja auch in Mando Staffel 2 hat er ihn ja auch nicht getroffen. Da sind sie auch ganz knapp aneinander vorbei, aber dass er eben einen, ich will es mal sagen, ausgewachsenen Jedi-Ritter sieht, dass er ihm gegenübersteht, weil ich glaube, das könnte man noch wirklich spannend verpacken, gerade auch, weil ja ein Jedi seinen Vater getötet hat und also er müsste ja eigentlich irgendwie eine gewisse Art von Hass gegen Jedi entwickelt haben, weil ja auch gerade am Anfang dieser Klonkriege, da in Episode 2, da war er eben auch auf der anderen Seite, da war er gegen die Jedi mit seinem Vater zusammen. Ja. Deswegen hoffe ich mir da noch, dass da noch irgendwas kommt. Aber man könnte so eine richtig schöne PTSD-Sendung machen, dass der quasi dann wieder in seine alte Art verfällt, weil er wieder auf jedes trifft und dann, ja, da kann man schöne Sachen machen, da kann man auch ganz viele gute Charaktermomente machen, die in dieser Staffel verloren gegangen sind. Ja, auf jeden Fall. Das ist eine gute Idee. Da würde ich mir auch angucken. Also ich würde mir eh eine zweite Staffel angucken, wenn die dann, er mir wieder zu kurz kommt, dann vielleicht eine dritte nicht mehr, aber die zweite würde ich noch schauen und ich würde mir wünschen, dass die ein paar mehr Folgen kriege. Ja. Ich möchte mal wieder aus diesem sechs, acht Folgen Rhythmus raus. Also ich habe mich ja schon an zehn Folgen, zehn bis zwölf gewöhnt, aber jetzt immer noch weniger, dann kann man auch fast einen Film draus machen. Oder zwei Filme, da hat man es auch drin. Es wird immer schwerer, das als Serie für mich wirklich zu betrachten, diese Miniserie. Ja, ich finde es auch schwierig, schwierig. Also es ist ja, wenn man bedenkt, dass manche Serien dann 22, 24 Folgen hat und jetzt sind das dann auf einmal nur noch sieben Folgen hier bei Boba. Ich bin auch mit 24 Folgen Serien aufgewachsen. Also meine ganzen Serien, die ich früher gerne geguckt habe, hatten alle pro Staffel 24 Folgen. Das muss es jetzt nicht mehr sein, klar, kann ich verstehen. Wenn du sagst, die Hälfte, zwölf Folgen. Ja. Wunderbar, kannst du viel erzählen. Zwölf Folgen, zwölf bis fünfzehn finde ich auch wunderbar. Kann man auch, also gerade, wenn man sagt, das sind jetzt auch nicht nur 40 Minuten Folgen, sondern gehen bis zu einer Stunde, dann auf jeden Fall. Aber sieben, acht ist für mich zu wenig, um da wirklich viel erzählen zu können. Auf jeden Fall. Ja cool, da haben wir einmal über Book of Boba Fett gesprochen. Ich bin mal echt gespannt auf die Kommentare, wie ihr das seht, wenn ihr jetzt hier reinhört, ob ihr da Freund, Feind oder wie wir so ein bisschen schwanken von rechts oder links seid. Aber bevor wir jetzt abschließen, möchte ich gerne von dir nochmal wissen, Highlights, Lowlights. Kannst du zwei Highlights und zwei Lowlights bezeichnen? Oder besser gesagt, erst die Lowlights, dann die Highlights. Wir wollen auf den positiven Ende. Lowlight Nummer eins ist für mich, ja, das ist einfach die, also das, die fehlende Zeit für Boba. Das ist das, das Lowlight Nummer eins schlechthin. Als zweites vielleicht noch, ich hätte gerne mehr von der Slave I gesehen. Das ist einfach ein legendäres Schiff. Ich muss jetzt nur ein Lego-Modell holen. Es gibt jetzt wieder eine kleine. Die ist jetzt, müsste jetzt auch wieder verfügbar sein bald. Oh, ich muss gleich mal gucken. Und Highlights, Highlights, zwei Stück. Ja, also ein Highlight. Ich nehme jetzt mal das N1 Schiff. Das ist auf jeden Fall als Highlight für mich. Zweites Highlight wäre dann für mich aber auch Boba, der auf dem Rancor reitet. Schöne Wahl, schöne Wahl. Ja, Lowlight mit der wenigen Zeit bin ich komplett bei dir. Dann auch ein bisschen, dass man Boba Fett, oder dass man Boba Fett zu wenig Charakter gegeben hat. Also, dass der Charakter ein bisschen zu flach ist. Das ist für mich auch ein Lowlight. Und Highlights sind für mich, ja, Highlights ist einmal, Kusenken ist für mich ein absolutes Highlight. Also, der Wookie hat mir mit von den Charakteren am besten gefallen. Und das zweite Highlight ist das Team-Up von Boba und Mando in der finalen Folge. Weil das ist so mein Kampf-Highlight. So ein bisschen. Das kann ich gut verstehen. Das war auch echt sehr gut. Sehr gut. Ja, ich würde sagen, wir zwei, du als Star Wars-Fan, Kenobi als nächstes, oder? Kenobi als nächstes. Ich bin schon in den Vorbereitungen. Ich plane schon, wie ich das am besten mache, wann ich die Folgen gucke, was ich vorher noch gucke als Vorbereitung auf die Serie. Also, ich bin da schon voll drin. Wenn du da Empfehlungen hast, gerne an mich weitergeben, dann weiß ich auch schon, was ich vorher gucken soll. Wenn du gesammelt hast, kannst du mir das schicken. Mach ich auf jeden Fall. Und dann lade ich dich gerne wieder ein, wenn Kenobi gelaufen ist, dass wir wieder darüber sprechen. Sehr gerne. Sehr schön. So, dann verabschieden wir uns. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, dürft ihr diesmal auch zugucken. Wir haben ja auch ein Bild. Wir wünschen euch noch einen schönen Morgen, Tag, Abend oder Nacht. Und Michael, dir nochmal vielen Dank, dass du dabei warst. Ich hab zu danken. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und ich hoffe, bis ganz bald. Das hoffe ich darauf. Bis dahin. Mach's gut. Tschüss.